Hier haben wir eine Kunststoffabdeckung und zwar eine Blitzschuhabdeckung, die JJC-HCS Blitzschuhabdeckung für die Sony mit dem Multi-Interface Schuh, das kurz MIS genannt. Dieser Blitzschuh hat die Eigenschaft, dass er halt eben ganz am Ende, wenn man sich die Kamera mal so vors Auge hält, ganz weit hinten Kontakte hat, die wie man sehen kann hier mit der Blitzschuh einfach oben nicht abgedeckt ist, dann auch verstauben können, verschmutzen können. Wenn man dann ständig auch irgendwie etwas reinschiebt, einen Blitz und hier vorne hat sich halt eben Staub angesammelt, dann schiebt man ihn auch immer ganz gut hinten durch und dafür gibt es halt eben jetzt auch dann diese spezielle Blitzschuhabdeckung, die packe ich mal eben aus. So, und wenn man sich die mal genau anschaut, die hat halt eben im Vergleich zur normalen Blitzschuhabdeckung noch den Vorteil, dass sie halt eben genau da hinten, wo ganz am Ende hier die Kontakte liegen, nochmal so einen kleinen, etwas, ja, etwas kleineren schmalen Kunststoffüberlauf hat und wenn ich die jetzt hier einfach drauf schiebe, diese Abdeckung, dann kann man sehen, wie dieser Überlauf, ich nenne das einfach jetzt mal so, es klingt gut, dieser Überlauf dann hier einfach auch unter der Metallumrandung dann verschwindet. Es bedeutet, dass also auch da hinten kein Staub hinkommen kann, wie es zum Beispiel der Fall wäre bei einer normalen Blitzschuhabdeckung, die nicht ganz bis nach hinten durchgeht, beziehungsweise halt eben auch gar nicht die Form hat, das heißt, die würde auch gar nicht ganz reingehen, weil sie vorne halt eben nicht abgeflacht ist und dadurch wäre sie halt eben praktisch dann hier zu Ende und dann haben wir hier so einen kleinen Spalt und da kann halt eben dann auch Feuchtigkeit oder halt eben auch Schmutz reinkommen, das ist dann halt eben hier mit dieser JJC HC Splitzschuhabdeckung dann nicht mehr der Fall.